ja servus grüzi und hallo wieder zurück zu left for the 2 jetzt immer sogar zu dritt ja muchachos und wir spielen jetzt flug zur hölle mit der zombie das vendetta und das halunke das halunke das heißt aber eigentlich die halunke warum weil seit deiner stimmband operation und nicht mehr der schöne weibliche stimme hast dass du doppel debuten hast müssen wir ja nicht erwähnen der die das halunke der die das halunke a doppel g obr halunke so knallen 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 so ich bin dr haus siehst du deswegen sagte ich die halunke da guckst du dir an die halunke da rennt die halunke aber doppel die hatte nicht naja nicht wirklich ich will kaputt machen nix üben halunke kann man nicht kommen eigentlich im laden so zusammen spielen oder sowas das hat irgendwie ein multiplayer aber ich habe gelesen der soll wohl nur so bei werk sein also nichts besonderes wurde also der ist halt drin ne weil muss ja die halunke brennt Louis hochziehen wie hast du denn das geschafft das geschafft hast du jetzt fremd die kill eigentlich also fremd die feier eigentlich aus auch scheiße das ist nicht gut für mich das haben wir die ganze zeit schon ja man sieht ja wie oft du deine kopathen triffst ne hier gibt's waffen nein 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 smoker pff auf Lunge huu Mama kommt ja ja so ist mit den Rauchern rohrbombe rohrbombe die Lunte brennt die ja warum auch immer ich dachte da sind ein paar oh ich brenne ja ihr dürft nicht ins feuer ihr dürft nicht ins feuer ich hab's versaut der brennt da wie noch hehehehe Alex brennt da brennt da finde ich gut besser als wenn wenn Detlef wenn Detlef wäsch hey auf wieviel Verbündete muss ich denn noch schießen ja bis sie endlich mal alle tot sind oh solle mio platzende Schweine zombiegulasch hat die Meute aufge was wiegelt ja was ein wort gell ja was soll das ist ja alber aufgewiegelt wer benutzt denn das eigentlich das ist eine gute Frage ich habe schon wieder Louis ins Gesicht geschossen oh nein ich habe Jimmy ins Gesicht geschlossen noch eine Falle noch eine Bewegung und ich schieße die ins Gesicht guck mal ich habe richtig viele getötet ja du bist du bist der Beste Alter guck mal ich will nicht mit dem spielen der nimmt uns immer alle Stats weg oh super kill super kill yeah äh 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 was gibt's denn hier ich bin mal gerade und die mann ohne Gitaße jetzt nach am waffen kann man mit auch songs spielen aber warum kann man das club auf wenig nehmen das wäre doch übelst praktisch ich jetzt weiß ich steuer und ich möchte den ganzen Gamepad gespielt aha ich bin ja mit maus in der Statur Feuermunition sie haben Sprengladung an sich genommen was in die witch bitch nie mehr zurück aufs dach keine Ahnung zurück aufs dach dieser verdammt nah König Louis hat sie aufgescheucht das war ja geil sie steht so vor dir verschreckt umgefallen muss ich erstmal wieder lernen wie die Steuerung geht Nummer 2 3 4 ok man hat gar keine Zeit hier die Optik zu genießen die Optik die Aussicht du und deine Sprengladung ja warum Rückzug hier gibt's Waffen Rückzug doch seid ihr mir mal reingerannt hier machen sie den Kran kampfbereit nein den Kran kampfbereit ich mach den Kran kampfbereit ich trau'n der Sache nicht der Wendetta hat die Vermeite aufgewiehlt aufgewiehlt da kommen sie Vorsicht 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 ey diese McTenn ist so für'n Arsch ne Lade nach Jaja deswegen hab ich auch gewächterter Lade nach ich hab grad nen Hunter zweimal ins Gesicht gehauen das ist auch lustig hahah das ist ich bin hier und ich bin umdingelt von 100.000 zombies oh nein gleich liege ich auch was macht ihr denn schnell komm runter ich kann nicht runterkommen ich habe 100 zombies um mich rum und ich habe nur noch 30 energie dann komm her komm versuch ein bisschen zu laufen spring hier runter das ist nein das war's wir haben es verkackt wir haben es verkackt ja wir haben es verkackt hör doch auf wegen so was bin ich nicht gekommen okay eins weiß ich die mg ist für den arsch er hat mit der sache komm her Junge nicht weglaufen los du Pfeife hey übrigens verdammt das war eben eindeutig zu viele für einen allein ja jetzt red ich nicht raus du hast es verkackt ja schade das ist ja nicht die statistik nicht gewertet wird von eben ja das ist echt schade weil das waren jetzt doch einige dutzend die ich eben im baseballschlägerblatt gehauen habe weil ich keine munition mehr hatte sind jetzt wieder die bild frauen mauer handel meier es Sky. Oh yeah. Explosives. Viel zu lachen haben die nicht, ne? Ich würde doch über meine Berufswahl nachdenken. Weißt du, wenn da so ein paar vier dahergelaufene kommen und alle meine Kollegen hier abnetzeln. Ja, du als Standard-Film- oder Spielzombie hatten das auch nicht leicht, ne? Danke. Bitte? Oh ja, ich habe einen Jockey so erwischt, bevor er mich erwischt. Ist der was? Was ist mit der los? Ihr solltet besser aufpassen, wo ihr steht. Ich habe einen Granatwerfer. Okay, seid ihr bereit? Nein. Ach, Quatsch nicht. Warte doch erstmal, bis jetzt die Großen kommen. Ich habe doch gar keine Anschlusswaffe. Da kommen die Meute. Ja, scheiße. Ich bin auf deiner Seite. Ups. So, jetzt kommen wir eigentlich schon rüber, ne? Ja, den Mann! Ah, Hilfe! Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich komme. Wenn ich hier mal wegkomme. Ah, ich übertreibe es gerade voll. So, ach, jetzt bist du schon fertig. Luis, jetzt komm her, du Schwanz! Luis, der Schwanz. Mann, hat hier noch Luis der Schwanz. Oh, mal Munition. Ah, ich bräuchte hier mal Hilfe! Ah, scheiße, schnell! Der Opa hängt! Wo ist der Tank? Hab ich ihn gerade ausgerüstet? Ich höre den Tank auch. Ah, da! Ah, Moment mal, ich habe die Granathe. Ich habe auch keine Munition mehr. Scheiße, ich habe nur eine Gitarre. Lasst mich ran, ich habe eine Gitarre und ich werde sie auch benutzen. Ich habe nur eine Sohle. Ich habe Granatwerfer. Oh! Luis muss hochgezogen werden. Scheiße, ein Jockey auf meinem Kopf! Okay. Dafür habe ich ihn basic. Ihr dürft nicht so nah an dem Tank stehen. Ich habe mir voll eins mit der Gitarre gegeben. Weil ich stehe ja die ganze Zeit mit Granatwerfern kann nicht schießen, weil die alle zu nah an dem rumrennen. Ich brauche Energie oder Pillen oder irgendwas. Und Munition wäre richtig. Ich muss Munition, ne? Luis, Mensch, dafür, dass ich dir hier die ganze Zeit die Fresse versohlt habe? Danke, Mann. Ich glaube, jetzt tue ich den Granatwerfer wieder gegen den AK austauschen. Nehme ich auch. Defibrillator. Ups, sorry. Bin ich ja gewohnt. Immer auf die Kleinen, ist nicht fair. Hier sind Tabletten und Verbandskasten. Oh, 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 yeah. Jetzt ist es noch ein Verbandskasten. Ich frage. Hey, dong, dong. Na, ich bin nur ein Charger. Den kann man mit dem Basi-Blatt machen. Verdammt, Bill, Mann. Bill Murray? Was machst du? Erste Hilfe-Pack hier. Bill fucking Murray. Hallunke, brauchst du dir erste Hilfe-Pack? Ja, warum nicht? Ja, ist hier, wo ich stehe. Du hast ein Defi. Das war wohl nix, Idioten. An meinem Baseball-Stäger kamen sie nicht vorbei. Ich habe die andere, ich habe die Rückseite gemacht. Ich stehe in der Tür mit dem Base in der Hand. Oh, Spitter. Oh, da kann man ja jetzt nicht durchlaufen. So, Luis, können wir? Danke, Luis. Hier ist Molli und was haben wir hier? Laservisier. Gesundheit. Hier gibt's Mollis. Ja, Mann. Das ist meine gute Freundin Molli. Name gilt, wie heißt du denn? Molli. Das ist so ein dober Running Gag. Molli, wo bist du denn? Warum mache ich denn sowas immer? Warum? Ja. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Bam, 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 bam. Bada, bada, bum. Vor die hochdramatische, groovy, funky Musik. Bada, bada, bum. Bada, bada, bum. Bada, bada, bum. Bada, bada, bum. Bada, 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 bada. Ich habe nur... Ja doch, ich habe sie gesehen. Das war die, die sich so scheiße bewegt hat. Die so in der Luft hing. Weiter geht's. Oh, du warst meinen weg. Aber mir kommt es so vor, dass der zweite Teil auch nochmal ein ganz großes Stück flüssiger läuft. Also performancemäßig haben die da ordentlich was gemacht. Als der erste. Es war schon wieder Bill, der... ... auf irgendwen geschossen hat. Ich weiß nicht, warum der das immer macht. Ich höre es auch nicht. Blöder Frechdachs. Was meinst du, warum ich so viel Mietgex benutze, du so wenig? Weil das ist die Statistik, wo du auch immer am meisten abstinkst, gell? Weil was? Wenn du feiern. Ja, total. Deine schlechteste Statistik, wenn du feiern. Aber bin ich immer Erster. Meist Treffer, nicht nur auf den Gegner, ne? Es gibt ja nicht. Oh, ich brinne. Ich zieh so ein Volker ran und während des Volker mit ganz gespringen hat er auf mein Gesicht. Mein Feuer verbrennt mich. Und it burns, burns, burns. Home run. Scheiß Smoker. Hab ihn. Das war doch der gleiche, der mich eben auch schon mal hatte. Ein brennender Jockey auf den Schultern, super. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich muss mich mal irgendwie verarschen. Ey, so langsam brauch ich mal Muni. Oh! Ach, das war Louis. Aber ich hielt den für den Zombie. Was? Versuch mich selbst. Der Hammerzeit. Scheiße, ich brauche Munition. Da oben waren Waffen eben noch. Oh Gott, da muss ich hin. Ja, hinten auf diesem Gerüst da oben drauf. Ich muss euch jetzt hin. Ich muss euch jetzt leider alleine lassen. Und mich kurz heilen. Du musst hoch, da gibt's Waffen. Ich lauf nämlich nicht mehr schnell. Hier, da oben. Ja, geh ich hoch. Ja, was macht ihr da? Alter, ich brauche Muni. Was hilft euch denn, wenn ich keine Muni habe? Ja, und ich renne bis und greife und was denn immer. Ist tot, jetzt kann man, komm, euch heilen. Hast du noch deinen Defi bei dir gehabt, Halunka? Äh, müsste ich auch. Was bringt das? Er kann ich noch gleich wiederbeleben. Wenn er Defi hatte? Vielleicht wird er dann hingeworfen, ja. Warte mal. Also sein, sein Medikid liegt da auf jeden Fall, aber kein Ding, er hatte kein Diki mehr. Ah, mensch Halunke. Na, K. hat er? Na, K. hat mir, oder? Ja, die liegt hier noch, wenn du so brauchst. Nein, nö. Ja, wir holen nicht gleich raus. Du taust, der hat es auch hier, oh hier, Defibrillator, Momenta. Ja, los. Machst du? Ich, ich gehen holen. Holen ihn den, Hanken. dass du kannst bitte ruhig nicht bewegen freundlich geht nicht mehr doch doch ja warte mal jungs bt hallung hat mich geschützt für meine mit auch die rettung übertreiben schießt mir den rücken wenn ich jemand abschießt dann bin ich das brandmonition irgendwo war die brandmonition er ist der einzige grund warum man hierbei die brandmonition liebe leute ich pause auf ja die du aber besser nicht warum nicht ich möchte eigentlich bis zum ende kommen ha 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 spaß im malacken hinter dir scheiße jockey schnell wenn das so weiter geht schaff ich's nicht wenn das so weiter geht schaff ich's nicht pfeife scherlten müsse was also so ist um büten müsse ja der er auch voll scheiße das humpelstil ziehen ich höre die witch wenn jemand medikett habe jawohl kommen sie alle durchs fenster einfach weiter bratzen ja alle holzen drauf und louis bleibt einfach liegen im fenster ja das liegt aber auch schwer wer ist wieder unterwegs der kettensägenmann jetzt geht's rund wo sind sie wo sind sie jetzt jetzt hat er wieder genau das was er braucht kommt er jungs ich habe ihn ich weiß noch nicht jetzt aus meinem blut ja ja so jetzt kannst du tödler viel spaß war eine gute idee rüberkotzen und ab geht es mach ich jetzt auch noch mal von mir jawohl holzt mich so viel drauf wenn ich mittendrin stehe ja ne keine sorge da kommen ja immer mehr aber das meiste was von oben runter fällt sind leichen oh gott ich habe keine moni mehr und ich habe ich kann euch garantieren wer die meisten nahkampf kürz wieder haben wird am ende jetzt kommt ja das gibt wir über den planer kommen wir die halunke die halunke der die das handler habe ich schon erwähnt dass ich munition brauche ach das denkst du nur ich brauch keine und so deine welt ja die ist leer aber die brauchen munition nicht wenn sie ist strom war war zu ende ja ich sehe nichts aber die mühse wird so wenn sie aufnüterkopf und smoker verdammt nochmal bill Ja, ja, es tut mir ja leid. Als ob ich das mit Absicht mache. Der verdammte Bill, ja. Oh, Munition, Munition, Munition. Munition, Munition, Munition. Schnell, rein in den Schutzraum. Rein in den Schutzraum. Ey, wer hat denn das so... Das ist aber schon der Halunke. Ja, guck mal. Kettensägenmann war unterwegs. Aber das war richtig geil, dass du mich infiziert hast. Ja, jetzt kannst du. Moment, Moment, bleib mal stehen. Oh, Assi Klingelton. Ja, das ist irgendwie seit ich das neue Android drauf gemacht habe. Aber ich habe nicht geändert. Assi Klingelton. So. Enteilt und hoffet fucking Clue. What it is. Oh, die mag ich die Waffe. Ich habe wieder einen Sniper genommen. Naja, Tüter. Lade nach! Lade nach! Einfach mal wegschubsen, die Typen. Leider, der fliegt vielleicht drüber. Aber wie hier durch, gell? Wo ist er? Vermutlich in deinem Herne, wa? Die hast du zu früh angeschossen. Oh, doofe Kudi. Lade nach! Lade nach! Ihr liegt für Waffe! Oh. Er rennt einfach dran vorbei. Ja, sonst hätte ich ja vorher in der Schusslinie gestanden. Ach, Quatsch. Das hilft nicht vorbeirennen. Man steht, wenn der Alexander näher ist, immer in der Schusslinie. Ach, bitte auch. Selbst wenn man hinter ihm steht. Ich bin der friendly Fireman. Ja, freundlich zu feuern, ne? Ja. Ohne mich hättet ihr hier doch nicht zu lachen. Ey, ich habe schon wieder auf den Verbündeten geschossen. Obwohl ich gar nicht. Als ob ich das mit Absicht machen würde. Super Sache. Wir müssen durch den Schocken. Oh, weiter Zombies. Ja, er trifft alles. Das ist nicht los. Lade nach! Hier ist ein Molly. Lade nach! Ja! Lade nach! Lade nach! Na, wenn der da hat gemerkt, wo ist noch was zu holen? Ja, es ist irre, wie du mich mal durchschauen kannst. Ja, auf einmal steht da jemand, ne? Ja. Was, wo Waffen? Ich brauche Energie. Also, ne, Munition. Eben, ich will die Takashi Shotgun nicht. Ich behalte die Waffe, dann geht's halt weiter mit Baseballschläger. Scheiß drauf. Mein Fang kommt ganz nett. Welch hast du die Dreier Schuss, ne? Ja. Die Burt Note. Papi ist zu Hause. Oh! Ja, Papi, hallo! Ja, Mensch, schön, dass du da bist! Der hat mich erst mal schön empfangen hier. Und erst mal schön gekuschelt. Überraschung. Ninja Schwert, na, endlich wieder was Vernünftiges hier. Ne, ich glaube, ich bleib bei der Magnum. Ja, meins. Ja, meins. Ja, für dich. Irgendwo höre ich doch hier, ne? Witch. Das war ja schlau von dir. Oh, klasse. Ich wusste, dass es passiert ist. Komm, du willst es doch, gib doch zu. Ja, klar will ich das. Dann siehst du. Mehr Waffen. Mehr Knarren. Oder wie das, keine Ahnung, hier diese Kasselnerstürmer. Und hier ist Munition. Gut, dass ich meine Waffe bei der Hand habe. Wo ist Munition? Ah, da. Ja. Munition. Ne, da ist nix. Können wir noch in Duty Freeze Shop? Ich glaube, dass wir aber keine Zeit bekommen. Oh, ich habe aber gehört, die haben total eine günstige Uhr. Ja. Wir haben keine Zeit für Zeit momentan. Na, toll. Hallo. Hilfe. Ah. Hier geht's. Fahrwärts. Ja, das ist total super. Mann. Alter, ist langsam mal gut hier. Was soll denn der Scheiß? Oh, endlich ein Medikit. Ne, Luis, du kriegst es nicht. Da. Das war echt super. Ja, das war echt nur noch mit Blutfonteine. Komm, ich mach uns mal tolle Munition hier hin. Brand Munition. Wo du bist Munition? Hier, Brand Munition. Alter, ich krieg grad gar nichts geschissen hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich brauche hier Unterstützung. Komme. Hilfe. Oh, scheiße. Ich bin mal eine Sekunde nachdem man tot umfällt. Oh, Gott, scheiße. Du musst schnell wieder auf die Beine kommen. Ach so. Du liegst da noch. Ja, du hast was gut. Ja, du hast was gehört. Ja, wo soll ich denn? hier brennt irgendwie alles ja klar ein bisschen Spaß muss sein oder sie haben das Upgrade leider schon ich bin gleich rot, ich bin gleich rot, ich bin gleich rot, ich bin tot jetzt verdammt die brauchen Munition ich auch deswegen habe ich immer eine Nahtkampfwaffe dabei ich bin gleich hinten du musst aufstehen ja ja sind schon da aber ich habe immer nur acht Schuss und ich bin schon drauf, danach bin ich tot das war knapp, wa? ja das war richtig kommt Leute schnell ich habe auch nicht mehr ja die Tür ist zu ja mach doch auch was er ich bin gleich wieder schnell komm komm rein ich komm nicht rein das war ja echt mal mega heftig ich habe noch mal raus und noch ein paar Salven raus gefeuert damit der Halunke noch reinkommt ich habe mir schnell irgendeine Knarre genommen die da noch rum lag und habe auch noch mit geschossen weil ich ja keine Munition mehr hatte alte Kacke war das übel gerade ich habe eben noch 20 Energie und bin in den Schutzraum und habe mich verarztet und bin wieder raus und habe weiter gehöpst so jetzt muss ich so jetzt muss ich alter gibt es hier kein Medikit wollt ihr mich verarschen? ach ich habe eins ups wo die go puh das war harter stoff das ist doch mal dein Licht oh das ist hier kann ich mich auch daran erinnern das ist eine harte Nummer ja müssen wir auch wohin hin ich gerade stellst du das Flugzeug da hinten ab? ja die wäre halb so schwer wenn ich die ganze Zeit in den Rücken schießen würde das Flugzeug voll geil cool sieht geil aus das hab ich nie gesehen hier das war echt cool ja das hab ich noch nie gesehen hier obwohl ich das schon voll aufgelöst habe hier Lass uns hier in die Ecke gehen ja hier ist auf dem Fall schon mal Gatling und Medis 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 ja ich könnte auch mich mal heilen und mir die nehmen schau mal Munition so wir können hier diese Kanisten nur rumschleppen hier hast du dir das jetzt angemacht Paco gerade? ja ok ich bin an der Gatling wenn ich sie nicht mehr packe komme ich zu euch na das kann man auch hier na das kann man auch hier ach toll geworfen da werfen wir mal was hin da werfen wir mal was hin das ist leider runtergefallen Paco das macht doch nix doch so folgen oder? so ich höre nur die Ketten verdammt ich glaube irgendwas ist links von mir ich hoffe ich werde mal ein bisschen beschützt hier links und wie ist der Luis ja sag ich doch Gegner der spielt sowas im Gegner mit dem Team Charger 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 ey auf meiner Seite passiert gar nix im Moment passiert auch nur wenn der W nicht das ist wahr der Vendetta kriegt wieder alle Kills weil der andere Gatling kriegt ach hör doch auf links von mir oh hilf mir oben auf dem Truck was? wo? wer? wann? ich seh nur Holden her oh scheiße Hunter hier ist irgendwo ein Tank Scheiße da kommt das Tank da kommst du dir? keine Ahnung und tschüss ja den haben wir gut gelegt würde ich sagen ja ohne größere Verluste ich nehme die Pillen ja hau du dir mal die Pillen rein jetzt fällt es wieder wup wup er hat den Swag und er dreht ihn auf und wo kommen denn die Zombies hier kommt gar nichts mehr von vorne bin ich mir das ein? die kommen von rechts bis oben und von überall ja jetzt kommen sie wieder von vorne ja jetzt kommen sie wieder von vorne oh die Hälfte super ich krieg grad Schläge wär cool wenn um mich herum mal weggeholzt wird danke du hast doch nur Nulles als Mann du hast doch nur Nulles als Mann du hast auch nur Nulles als Mann pass auf wo du hinten fliegen die Charter haben es mit mir gell zaaang wo kommt da? gute Frage also ah wieder von da Hanna Hanna so geht man nicht mit Bill um tschüss ich muss mich verarzten ok los rein ins Flugzeug ja du mir sag aufmachen Arsch wolle was rein lasse nein Hilfe ich sterbe nein ich hab nur 5 Energie ich bist jetzt wirklich da rein warte komm rein komm rein Alunke hoch helfen los weiter na los ich hab dich das sieht so geil aus hast du mich die ganze Zeit geschlagen von hinten oder was nein ich steh hier und guck zu Alter schieß doch mal die anderen weg dass uns keiner haut kann nicht schießen jetzt wie denn jawohl danke boah oh wieder 45 Minuten haben wir gebraucht mir gehts dreckig ja wie heißt ich spür meine Beine nicht ach schön herrlich herrlich ja war ein angenehmes Level ne jetzt gehts jetzt gehts endlich in den Westen ja in der letzten Runde habe ich nicht viel getötet weil auf der rechten Seite kam so gut wie gar nichts Überlebende ich war B yeah so mal gucken Todesfälle haben wir ja gut ja Louis ist ne die Pfeife Louis König Louis ja außer Gefecht ja ich steh immer vom Werher in Vendetta ja mal gucken benutzt er defibrilliert verbrauchte Rohrbombe verbrauchte Molotaus verbrauchte Behälter mit Galle Nahkampf Kills ja guck mal Nahkampf Kills obwohl ich ne Kettensäge hatte ist ja mies äh Hunter Boomer Smoker Charger oh schade Jockeys da bin ich nicht mit oben Spitter ja bei Jockeys die auch mal auf deiner Schulter saßen hat am wenigsten Schaden erlitten heißt das ich bin am wenigsten also hab am wenigsten auf die Fresse gekrischt oder was hat am wenigsten von den 55 Mal ich bin der zweitschlechteste und ich hab nicht mal halb so hofft hier aber guck mal wegen meiner scheiß Gatling Gun krieg ich auch immer diese prozentuale Minussachen da so so meine lieben Freunde es hat an der Tür geklingelt und das ist ja mal wieder passend ich weiß zwar nicht wer das ist aber ich geh jetzt zur Tür und äh äh beende hier das Video also haut rein und bis denne ciao ciao und tschüss ciao